Volle Natur. Da oben ist Wald zu sehen, da ist ein Kinderspielplatz und hier ist es sonnig. Also es ist ja schon schade, dass die Tage jetzt wieder kürzer werden und es auf Weihnachten zugeht. Die Vögel zwitschen zwar noch schön laut, aber die Rente ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Aber es gibt mal wieder richtig Streit. Überall gibt es Streit. Und das habe ich ja anders in Erinnerung, wo ich jünger war, wurde nicht so viel gestritten. Sowohl beruflich, privat, in den Vereinen, gesellschaftlich. Das wäre schöner, wenn man sich irgendwo im Urwald verkriechen könnte. Hier ist gar kein Urwald. Der Weg ist auch nicht schlecht. Aber es ist halt kein Urwald. Das Wald ist dort. Da sind Stimmen oben. Jetzt kommt gleich die Sonne. Mal ein bisschen Gegenlicht. Ist doch nicht schlecht. Die habe ich ja auch schon gefilmt beim Untergang. Hier ist ja noch ein nettes Stromhäuschen. Früher ist da ja Hochspannung drauf gewesen. Das haben wir ja jetzt nicht mehr. Und jetzt sind wir über eine Minute. Jetzt sprechen wir mal mit dem, der sowieso schon spricht da oben, was der meint. Vielleicht hat er einen anderen Vorschlag.